Ich brauche deine Hilfe. Nur deine will das nochmal nicht sagen. Das geht nicht. Deine Mutter nicht. Ihr trennt euch. Ruhe und Abgeschiedenheit. Mit meinem Laptop in einem Hotel am Meer. Was ist so dramatisch daran? Wir wissen, Leute, hier ist unwohl bei dem Gedanken, dass Totschläger und Intensivstraftäter zwischen uns leben. Das sind keine Kids. Das sind Schwerverbrecher. Das ist ungültig. Hören Sie, es hat sich kurzfristig ergeben, dass ich heute die Insel verlassen muss, und nicht erst übermorgen. Entweder diejenigen, die auf dem Boot waren, melden sich direkt bei mir, oder ihr zieht jetzt alle eure Schuhe aus und gebt sie bei mir ab. Diese Blutung und der ganze Scheiß. Der Duffback wird dann jetzt genau so beschrieben. Ja, du liest einfach. Diesmal handelt es sich wohl um den Sehstamm des Virus. Einen der aggressivsten der neun von zehn infizierten Tüte. Ule hat aus deiner Sportflasche getrunken. Die Ergebnisse sind da. Influenza Kolumbidae. Es ist die Taubengruppe. Einer von den Jungs in der Klinik ist tot. Bei Evelyn wurde eine Mutation der Taubeninfluenza festgestellt. Wir müssen sie sofort auf eine Isolierstation fliegen. Deinem Blut liegt vielleicht der Schlüssel zur Rettung vieler Menschen. Wisst ihr, wer das Virus auf der Insel verbreitet? Das Knackenpakt! Das Pakt muss runter von Schlürmerhorn! Hinten am Boden! Lach! Holgerlach! Wir werden auf den Dorf! Unsere absolute Priorität muss jetzt sein, die weitere Verbreitung der Taubengrippe zu verhindern. Außerdem wird über die gesamte Insel eine Ausgangssperre verhängt. Entschuldigung, wie soll ich denn solche Maßnahmen durchsetzen? Sie werden bestimmt nicht freiwillig... Sie werden Verstärkung erhalten. Von Ihnen. Von der Bundeswehr. Dann schießt uns immer noch mal! Wir können ja nicht einfach auf den Militern schießen! Wir haben irgendwas gemacht, vielleicht Experimente oder ich... Ich weiß nicht. Mannschaft, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber die sterben da! Wieso glaubst du mir nicht? Weil ich für die arbeite.